Nicola Larini, er möchte gern seinen Tourenwagen, den Alpha 155 V6 Ti, aus dem Jahr 1995 auf unserer Carrera Digitalbahn fahren. Wir helfen ihm natürlich, wir bauen einen Digital-Decoder ein. Digital-Decoder nehmen wir von FT Slot Technik, den Decoder, den 2022, den kleinen, und wir bauen den in den Alpha so ein, dass er praktisch in Fahrtrichtung liegt, Kabel nach vorne, Buchsen nach hinten. Es gibt dann auch die Möglichkeit, den quer zur Fahrtrichtung einzubauen. Das machen wir in einem anderen Video mit einem anderen Slotted-Fahrzeug. Wir schauen einfach mal, ob das gut funktioniert, schlecht funktioniert, wo Probleme auftauchen. Wenn Probleme kommen, ihr wisst Bescheid, die werden gelöst. Wie heißt es so schön, ein Modellbauer schafft sich Probleme, die er dann hinterher lösen muss. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video, wir bauen um. Schauen wir uns zunächst unsere ganzen Bauteile an. Wir nehmen den FT-Decoder SCD 2022, das ist der kleine, ausgelegt bis 14,8 Volt, beziehungsweise 15,5 Volt, laut Bedienungsanleitung. Wir nehmen den aber dann mit dem Carrera Digital-Netzteil, also sprich 14,8 Volt. Jetzt ist die Frage, warum bauen wir das Ganze ein? Wir haben im Slotted Alpha die lange Welle hier, die konnten wir jetzt kürzen, die ist ja nicht benötigt. Damit hätten wir mehr Platz für die Stecker. Die Stecker brauchen wir nachher, ich zeige es euch kurz, sind drei Stück dabei, sind ja im Lieferumfang enthalten. Und wir haben von der Belegung her Frontlicht, dann haben wir hier Rücklicht mit integriertem Bremslicht und einen Zusatzausgang für ein extra Bremslicht. Das Ganze von der Belegung her soll ja Front- und Rücklicht mit integriertem Bremslicht ins Auto, also wir brauchen auf jeden Fall die zwei Buchsen. Wir stecken jetzt die Stecker mal rein und schauen mal, ob wir mit dem Platz hinkommen, wenn wir die Welle dran lassen. Stecker sind drin und wir müssen irgendwie hier runter, also es wird schon hinhauen. Wir können mit den Kabeln dann unter der Achse durch, funktioniert auch, somit können wir die Welle eigentlich dran lassen. Was wichtig ist, dass wir auf keinen Fall diese Stelle blockieren, also die Verbindungsstelle zwischen dem schwarzen Fahrwerk und dem grauen Motorträger. Wenn ich die schraube nämlich locker und möchte, dass ich hier eine Pendelbewegung reinbekomme, also dass der ganze Motorträger samt Hinterachse locker im Fahrwerk drin hängt und ich habe hier irgendwas verklebt, dann behindert man diese Pendelbewegung. Und das macht natürlich das optimale Fahrverhalten dann wieder irgendwo kaputt. Also da auf keinen Fall Kleber hin, das heißt unser Decoder muss vorne rein und im vorderen Bereich, da müssen wir dafür sorgen, dass die Kabel die Achse nicht berühren. Das sind mal die zwei Herausforderungen, erstmal für die Platzierung des Decoders. Nächste Überlegung, die wir dann machen müssen, wohin müssen welche Kabel, schauen wir uns den Ausgang an des Decoders. Es gehen hier sechs Kabel raus. Wir haben die äußeren zwei, die haben einfach lose Kabelenden, die müssen vorne auf den Schleifer, beziehungsweise in den Leitkehl. Dann haben wir unsere Fotodiode, da ist ein Loch schon vorgegeben von Slotted an der richtigen Position, nämlich auf der linken Seite in Fahrtrichtung, drei Millimeter im Durchmesser und von der Fahrzeugmitte, also von der Längsachse, 12,5 Millimeter nach außen. Grau und Lilla kommt uns aus dem Carrera-Bereich ja auch sehr bekannt vor. Das sind die zwei Kabel, die an den Motoren. Wie, wo, welches Kabel hin muss, muss man schauen, das ist ja manchmal etwas schwierig, kriegen wir aber hin beim Motor. Notfalls muss man halt umlöten, wenn das Auto kurz rückwärts losfährt. Aber dazu kommen wir dann später. Also, wir bauen den Decoder erstmal so ein, würde ich sagen, führen die Kabel vorne und die Vorderachse rum und das Kabel für die Fotodiode, das ist jetzt viel zu lang. Das heißt, es kürze ich, sodass der ganze Kabelbogen entfernt wird. Ich kürze das Kabel so, dass ich wirklich ganz direkt auf den Decoder draufkomme. Dann sparen wir uns, dieses Kabel irgendwo anders zu verlegen. Vorne gehe ich durch die Kabelführung einmal hier rüber und einmal auf der Seite auch zum Schleifer. Das heißt, wenn der Decoder jetzt hier mittig platziert wird, werde ich ein langes und ein kurzes Kabel haben. Kurz der Weg lang, der muss ich erstmal hier rüber und dann nach vorne. Wichtig ist jetzt, die Polung, die man hier sieht von der Reihenfolge her, passt nicht zu dem, was wir brauchen. Wir brauchen das Pluskabel auf dieser Seite, also links in Fahrtrichtung und wir brauchen das schwarze Minuskabel auf der rechten Seite in Fahrtrichtung. Also hier müssen wir einmal überkreuzen, damit die Polung dann auch stimmt und unser Auto funktioniert. Im ersten Schritt entlöten wir mal das Kabel. Ich gehe vorne mit einem Lötkolben drauf, warte, bis das Lötzent flüssig ist, ziehe dann mit der Pinzette das Kabel einfach ab. Auf der anderen Seite dann das gleiche, Kabel entlöten, wegnehmen. Das war es jetzt erstmal mit der Lötarbeit an der Stelle. Jetzt müssen wir vorne die Kabel noch rausbekommen und da sieht man im Lightgeal kleine Madenschrauben. Wir brauchen einen 09er Inbusschlüssel, ziehen die Madenschrauben nach oben raus dann oder drehen die raus besser gesagt und dann kann ich das Kabel entfernen. Nachdem die entfernt ist, die Madenschraube, kann ich die Kabelenden einfach rausziehen. Ihr seht, dass die Kabelenden hier bei Slotted verzinnt sind. Das heißt, das machen wir einfach dann nach mit unserem Kabel und werden auch das Kabelende verzinnen, so auf einem halben Zentimeter, um es dann mit der Madenschraube hier besser einklemmen zu können. Madenschrauben sind jetzt sicher aufbewahrt. Dafür der praktische Magnethalter. Ihr seht auch die Karosserieschrauben. So kann ich die nicht verlieren und so setze ich den Magnet auch sinnvoll erstmal ein. Die Kabel gut aufheben kann man immer brauchen für andere Umbauten. Die Kabel sind sehr gut, weil sie eben so flexibel sind, sind Silikonkabel, also nicht in die Mülltonne geben. Als nächstes überlege ich mir, wie lang mein Kabel sein muss für die Fotodiode. Also Fotodiode sind die beiden Kabel. Fotodiode wird hier platziert. Heißt, ich kann ordentlich kürzen. Wichtig ist jetzt, wie ihr das macht. Ich nehme jetzt erstmal, hier ist es eigentlich am einfachsten, ich entlöte die beiden Kabel und merkt euch, wo Plus und Minus ist. Also kann sich so merken, genauso wie eben hier am Anschluss für den Strom. Rot-Schwarz, Rot-Schwarz muss im Wechsel kommen. Zum Entlöten setze ich meine reizende Assistentin ein, meine zwei Krokodilklemmen, die helfende Hand. Ich nehme das Kabel mit der Pinzette hier an, es wird ja heiß und gehe jetzt vorsichtig mit dem Lötkolten drauf. So, jetzt ist das Kabel schon sauber entfernt. Wichtig ist, die Krokodilklemmen natürlich so positionieren, dass ihr keine Bauteile beschädigt. Also ich habe die jetzt hier auf der Rückseite von der Platine und vorne am Gehäuse der Buchse. Somit kann nichts passieren. Also da aufpassen. Das ist noch eine kleine Stolperfalle, in die man reinfallen kann. Das Ablängen der Kabel machen wir jetzt auch zusammen. Ich stecke jetzt einfach mal die Fotodiode hier los herein und wir müssen ja ungefähr bis in die Ekelmitte. Das heißt, wenn ich jetzt die Beinchen umbiege, was ich jetzt mache, dass ich 90 Grad Winkel habe zwischen der Fotodiode und dem Kabel, sieht dann so aus. Dann habe ich eigentlich schon von den Schrumpfschläuchen her fast die Länge, die ich brauche. Damit ich noch ein bisschen Luft dann habe und leichter löten kann, schneide ich jetzt einfach mal auf der Länge ab, ungefähr die Kante. Und dann wird das Kabel so in einem Bogen auf dem Decoder dann drauf gehen. Damit das Anlöten leichter wird, verzinne ich jetzt erst mal die Kabelenden, gebe etwas Lötzinn drauf, sodass eben das Kabelende schön silber ist. Und jetzt tue ich mich viel leichter, die Kabelenden auf der Platine wieder aufzulöten. Wie angesprochen, müssen wir jetzt darauf achten, dass die Polung stimmt. Wir haben uns ja gemerkt, rot, schwarz, rot, schwarz. Somit habe ich das schon mal richtig ausgerichtet, muss jetzt dann bloß noch das Kabel hier auf den Pin bringen. So, das war es dann auch schon. Kabel sind wieder dran, Kabel gekürzt, passt. Provisorisch einfach mal platziert. Kabel läuft dann unterhalb vom Decoder, auch unterhalb von der Achse. Fotodiode sitzt. Um den Rest kümmern wir uns dann jetzt. Was wir uns jetzt noch überlegen ist, wie wir die Fotodiode platzieren. Mitgeliefert ist ja eine kleine Fassung für die Fotodiode hier vorne. Aber wir können die nicht richtig platzieren, wegen dieser Wand. Die Frage ist jetzt, was wir machen. Wir konnten ein Stück vom Gehäuse wegnehmen, damit ich rankomme an die Wand. Wir konnten was von der Wand wegnehmen. Oder wir machen weder noch und kleben die Diode so ein. Problem hier ohne dem Gehäuse ist dann, dass die Fotodiode, wenn ich die bis zum Anschlag reinschiebe, ich zeige es euch mal, dann schaut die Fotodiode auf der anderen Seite viel zu weit raus. Ihr seht, wird dann sogar auf der Bahn schleifen. Die sollte bündig sein. Ich muss nach oben. Und da hat das Gehäuse natürlich einen Vorteil, dass ich die Fotodiode dann gleich auf der richtigen Höhe habe. Halten wir das Gehäuse einfach provisorisch mal hin und dann sieht man, dass es eigentlich doch nicht so schlimm ist. Wir haben zwar minimal einen Versatz zwischen der Bohrung und dem Gehäuse, aber ich denke, das ist so minimal, dass wir das einfach lassen können. Somit klebe ich das Gehäuse jetzt einfach so ein und wir schauen einfach, ob es funktioniert. Und es wird schon funktionieren. Zum Verkleben gebe ich erstmal einen Tropfen Sekundenkleber, dünnflüssig, schnell trocknen, auf eine Plastikfolie, nehme dann das Gehäuse, tauche das hier kurz ein, klebe also indirekt, nur die Unterkante und platziere die ganze Sache jetzt. Dann warten wir kurz, bis der Kleber anzieht, schauen nochmal, ob alles gut ausgerichtet ist. Ich habe es jetzt noch etwas ausgerichtet. Wir lassen es jetzt einfach trocknen und warten, bis es wirklich fest ist. Nicht, dass wir jetzt irgendwie Sekundenkleber auf die Finger bekommen, greifen dann auf die Reifen, haben dann den Kleber drauf, wollen wir nicht oder noch schlimmer auf der Karosserie, auf dem Lack. Deswegen immer austrocknen lassen und dann erst den nächsten Arbeitsschritt machen. In der Zwischenzeit machen wir uns gleich Gedanken, wie wir den Decoder dann einkleben. Ich nehme dazu immer ein Stück Moosgummi, gibt es ja selbstklebend, also es ist wie ein doppelseitiges Klebeband letztendlich. Und wir nehmen dann die Seite mit dem Klebeband und platzieren hier den Decoder drauf. Vorteil an dem Moosgummi ist auch, dass die Pins, die unten rausstehen, einfach in den Moosgummi reinstechen und ich habe dann eine schöne ebene Fläche letztendlich, um die so auch ins Fahrwerk reinzukleben. Kümmern wir uns im nächsten Schritt um die Anschlusskabel für den Motor. Hier empfehle ich euch, die Kabel immer erst mal so abzulängen, dass ihr im Notfall die Polung noch mal tauschen könnt. Es ist meistens so, dass ein Motor irgendwo eine Markierung hat für Plus und Minus, haut aber oft nicht hin vom Getriebe her auch, dass das Plus und Minus dann mit der Fahrtrichtung übereinstimmt. Also geht davon aus, dass ihr hier vielleicht noch mal umpolen müsst. Und zwar, wenn ihr dann im ersten Test merkt, dass das Auto rückwärts fährt beim Gas geben, dann müsst ihr hier die Polung einfach noch mal umdrehen. Deswegen immer die Kabel so lassen, dass das auch nachträglich möglich ist. Wenn ihr euch das Umlöten sparen wollt, dann auch noch eine andere Möglichkeit, die Polung vorher zu testen. Ich habe einfach an meinem Netzteil mal 5 Volt dran und gehe jetzt auf Motor und schaue, wann das Auto vorwärts zuckt. Also Plus mal auf die Seite, Minus hier. Ihr seht, es zuckt nach vorne, nimmt mich andersrum, was wir jetzt da nicht machen, sollte eigentlich. Dann fährt es rückwärts. Also ich habe auf der linken Seite Plus und hier Minus, dass das Auto nach vorne fährt. Können wir uns dann gleich mal merken, ich schreibe es euch drauf, dass wir es nicht vergessen, auf der Seite ist Minus. Dann müssen wir jetzt nur noch wissen, ist Lilla oder Grau Minus? Minus in unserem Fall ist Grau Minus, das heißt, wir müssen da ran, würde es schon passen, dann von der Ausrichtung. Machen wir gleich, ich habe die Kabelenden in der Zwischenzeit noch verzinnt. Somit ist das Auflöten dann wieder ganz einfach. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch und dann ist unser Motor angeschlossen. Als nächstes klebe ich jetzt erstmal unseren Decoder fest, dass der mal fix ist und wir die restlichen Kabellängen schön ermitteln können. Ich platziere ihn so, dass später, dürfen wir nicht vergessen, die Lichtstecker reinpassen müssen und wir dürfen den Spalt ja nicht bedecken. Einkleben könnt ihr mit Heißkleber zum Beispiel, dann kann man es auch wieder lösen, falls jetzt was schief geht. Oder ihr nehmt einen anderen Kleber, der dann auch den ein oder anderen Crash überstehen kann. Eine wichtige Sache noch im Bereich der Vorderachse, die habe ich jetzt mal rausgenommen. Die Vorderachse läuft unten auf diesen Kunststoffplättchen. Die Kunststoffkappen, die sind da aufgesteckt und wenn ihr die Achse rauszieht, fallen die erstmal raus. Und jetzt seht ihr auch das Problem, worauf ich hinaus will. Auf der Seite läuft unser Kabel und schiebt die Kappe nach oben. Das heißt, hier kriege ich es mit den Kabeln gut hin. Ich habe links und rechts Platz, damit das Ganze schön sauber verlegt ist. In dem Bereich, da habe ich mir jetzt ein Problem geschaffen, müssen wir halt dann lösen, indem wir die zwei Kabel der Fotodiode hier noch runter schieben. Dann läuft dieses Kabel auch nicht direkt an diesem Achsbock und ich kann meine Kappe aufsetzen, genau wie auf der anderen Seite, dass die hier locker auffällt. Das mache ich dann erst, wenn alles komplett ausgetrocknet ist und ich auch hier ein bisschen Druck ausüben kann. Aber wichtig eben, dass ihr auf diese Stelle achtet. Die Kabelführung habe ich jetzt nochmal minimal geändert, weil ich eben noch sicher gehen wollte, dass diese Kappen wirklich ganz leichtgängig hier drauf gehen. Ist jetzt links und rechts der Fall, auch das schwarze Kabel unten stößt nicht von unten an. Die Kappe legt ganz locker auf, bis auf Anschlag. Fotodiode mit dem kurzen Kabel hier drüber gezogen und Motorkabel dann über dieses Kabel der Fotodiode. Die Kabel für die Sturmzuführung habe ich jetzt schon mal eingefädelt. Wir müssen uns jetzt nur noch darum kümmern, wie wir ablängen. Also im Originalzustand waren die Kabel hier außen an der Kante geführt, sind dann reingekommen. Das heißt, wir schneiden vom Loch einfach 5 mm länger dann ab. Hier ist das Loch, dann 5 mm raus. Das wird verzinnt, also schneide ich in diesem Bereich ab. Kabelenden verzinnen, einfach unten mit dem Lötkolben mal rangehen. Nach vorne weg und schon hat man das Ganze erledigt. Überprüfen wir kurz, ob die Vorderachse auch wirklich freigängig laufen kann und das ist der Fall. Ihr seht, wenn ich die anschiebe, funktioniert wunderbar. Wir haben auch einigermaßen Luft hier zwischen dem Kabel und der Achse. Diese beiden Sturmzuführungskabel können die Achse eh nicht berühren. Von dem her alles gut. Was ich jetzt trotzdem machen werde, was ich eigentlich vorhin gesagt habe, ich mag es nicht, die Motorwelle kürzen. Die werde ich hier abtrennen. Warum? Weil in diesem Bereich möchte ich vielleicht später ein Trimmgewicht platzieren. Solange die Welle drin ist, kommt man hier dann schwer hin. Wenn die Welle weg ist, kann ich schön ordentlich mein Trimmgewicht hier platzieren. Die Motorwelle habe ich abgetrennt. Dazu eine Trennscheibe genommen mit einem Tremel oder Proxxon. Und dann dreht ihr die einfach ab. Hier fliegen Funken, deswegen habe ich es jetzt nicht direkt vor der Kamera gemacht, sondern außerhalb. Aber es geht ziemlich einfach die Motorwelle ab. Der Motor ist übrigens nur eingerastet hier vorne. Aber wir haben zwei Löcher auf der Seite und hier drüben. Hier könnte man den Motor auch noch mit Schrauben sichern. Aber der sitzt sehr fest im Motorträger drin. Somit sehe ich jetzt hier keine Notwendigkeit. Wir lassen es erst mal so. Schön zu sehen ist jetzt, dass wir Platz haben mit gekürzter Motorwelle. Wir kriegen gleich unsere Stecker sauber rein und können später hier auch noch Trimmgewichte platzieren. Fangen wir an uns Gedanken zu machen über den Einbau des Lichts. Von vorne angefangen, wenn wir uns die Karosserie mal anschauen, beziehungsweise die Frontleuchten. Da sehen wir, wir können den mittleren Teil benutzen. Also Blinker, mittlerer Teil. Dann ist hier die Startnummer 8 drauf. Somit müssen wir schauen, dass wir die Leuchtdiode hinten irgendwie in dem Bereich platzieren. Werfen wir einen Blick ins Innere der Karosserie. Hier sehen wir jetzt die Befestigungen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie aufmachen, um das Licht von innen nach außen zu bekommen. Also es ist keine Vorbereitung im Auto, keine 3 mm Löcher für eine Leuchtdiode. Eigentlich ist hier keinerlei Vorbereitung für den Lichteinbau zu finden. Wie ist es auf der Rückseite? Hier haben wir ein transparentes Teil. Das geht komplett durch. Und wir müssten irgendwo in dem Bereich unser Rücklicht platzieren. Im Inneren sieht es so aus, dass wir hier einen Plastikstrebe haben. Wenn wir die Plastikstrebe hier wegmachen, sind wir eigentlich in dem Bereich, wo Licht nach außen soll. Was setzen wir ein zum Beleuchtungseinbau? Wir setzen ein, SMD-Leuchtdioden. Die gibt es in Weiß und Rot. Also man sieht von außen nicht, welche Farbe die beim Leuchten dann hat. Das ist beispielsweise die rote Rückleuchte, die ich einsetzen will. Die gibt es dann auch in Weiß. Die setzen wir vorne rein. Und dadurch, dass die SMD-Leuchtdioden so extrem klein sind, können wir die in dem Bereich locker platzieren und hoffen, dass dann genug Licht rauskommt. Die Leuchtdioden sind fertig verkabelt und wie auch bei den normalen, die SMD-Leuchtdioden sind verkabelt. Hier ist es auch so, dass die Kabellängen unterschiedlich sind. Lange Kabelende ist Plus, kurze ist Minus. Das muss man sich dann merken, wenn wir unsere Kabel anlöten, die wir hier von FT hier mitbekommen haben. Die setzen wir natürlich ein. Das heißt, wir müssen die Kabel verbinden und die Leuchtdioden vorne dann einkleben, beziehungsweise hinten. Wir spielen jetzt kurz Zahnarzt. Ich werde den Bereich etwas aufbohren, damit mehr Licht nach außen kann und dass ich die SMD-Leuchtdioden besser einkleben kann. Jetzt sieht die Sache ganz gut aus. Ich habe hier aufgefräst und hier, man sieht jetzt durch das weiße, durch das transparente Plastik, das heißt, wenn ich jetzt meine SMD-Leuchtdioden hier reinklebe, kommt das Licht schön nach außen. Hier sieht man jetzt den Vorteil der SMD-Leuchtdioden. Es passt genau in unser Mini-Loch rein. Da steht nichts nach außen raus. Die beiden Kabel verlöte ich jetzt dann zusammen. Also ich werde parallel schalten die beiden Leuchtdioden, sprich langes Kabel an langes Kabel, dann ans rote, ans Plus-Kabel unseres Beleuchtungsstecken. Also der hier. Und das werde ich jetzt mal machen und danach zeige ich es euch. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe Heißkleber verwendet. Heißkleber deswegen, weil man den wieder ablösen kann, falls doch irgendwas schief geht und die Leuchtdioden ausgetauscht werden muss. Somit Heißkleber. Außerdem greift der Heißkleber nicht die transparente Kunststoffscheibe an unseres Scheinwerfers. Dann die zwei Kabel, die ihr jetzt hier seht. Das sind die beiden Plus-Kabel. Ich habe die hier verlötet und komme jetzt von der anderen Seite mit dem roten Kabel vom Decoder, löte ich dann hier an. Und am Schluss, wenn die Verbindung steht, schiebe ich einfach einen Schrumpfschlauch drüber und dann sieht das Ganze auch schön aus. Und es kann keinen Kurzschluss geben. Schauen wir uns zusammen das fertige Ergebnis an. Also von hinten habe ich die parallel geschalteten SMD-Leuchtdioden vorne auch parallel geschalten. Plus auf Plus, Minus auf Minus. Langes Kabel an langes Kabel, kurzes an kurzes. Die langen Kabel gehen dann ins rote Kabel. Auch hinten mit dem Schrumpfschlauch verbunden. Vorne gelb, hinten grün. Hat keinen möglichen Grund. Hat einfach keine anderen Farben da. Vom Anschluss her, wir haben erste Buchse Frontlicht und mittlere Buchse Brems- und Hecklicht integriert. Geht nach hinten. Somit sollte alles passen. Kabel auch sauber verlegt. Vorderachse funktioniert. Hier ist noch Luft. Sieht auf der Kamera wahrscheinlich weniger aus als im Original. Passt alles. Fotodiode sitzt fest. Somit können wir jetzt eigentlich mal den ersten Tracktest machen und schauen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Wir sehen, das Ganze funktioniert wunderbar. Frontlicht sieht eigentlich ganz gut aus. In der Kamera natürlich etwas anders als in Echt. In Echt sehe ich doch eher punktuell die Scheinwerfer. Sieht aus wie in Echt. In der Kamera leuchtet der ganze Balken. So ist es in der Realität nicht. Heckbereich sieht auch ganz gut aus. Vielleicht etwas zu klein. Man könnte noch weiter aufbohren. Aber es wird dann wahrscheinlich zu flächig. Von dem her bin ich auch somit ganz zufrieden. Wie gesagt, auch hier wieder ein Riesenunterschied zwischen dem Bild in der Kamera und in Echt. Auftrag ausgeführt. Der Herr Larini darf jetzt auf der Carrera Digitalbahn fahren und zwar auch noch mit Licht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch Hinweise habt, irgendwelche Methoden, andere Verbesserungsvorschläge, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir können uns gerne immer austauschen darüber. Ich wünsche euch viel Spaß beim Slot Racing. Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Roland von SlotBlog.de